Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im 4 gegen 4 Giga Merks. Wir gehen rein, weiterhin als Fiesta. Wir könnten richtig brutal sein mit dem Setzling. Lass uns das mal machen. Wir gehen als Setzlinge rein. Und zwar so. Wir machen mal einen weg. Wir machen mal einen weg. Okay, es kam keine Schnecke mit. Das sollte aber gut auf erster Start sein. Ja, einer raus. 25%, geil. Nächster Worker für mich. Jetzt dazu noch gegen Angriff. Ja, richtig fett. Auf wen schicken wir denn? Wir schicken auf Freddy und seinen Wanderer. Okay, wir brauchen 85 für ein Upgrade. Wir werden hier ein paar mehr Setzlinge dazu packen. Wenn der abkackt, kriegen wir 50 Jung. Doppelsteck ich nie raus. Sehr gut. Ich habe das noch nie gespielt. Aber wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ja, ganz schlecht. 50%. Schade, dass der eigentlich noch mit dran geht. Okay. Hätte ich mitgenommen. Bist du der blaue? Ja, ich bin der blaue. Jedenfalls Fiesta. Ist die anderen haben gut zu tun. Kann ich jedenfalls einen Setzling wieder aufwerten. Das ist wichtig. Na mal gucken. Ich habe auch magischen Schaden. Ich habe sogar Kingscout genommen. Krass wäre es, wenn wir im Classic Mode das irgendwann mal hinkriegen, dass alle Kingscout haben. Alle vier Spieler. Den ist der King doch unbesiegbar. Okay, jetzt war ich zu stark. Nehmen wir noch eine Woche mit. Ich dachte, die machen mehr Schaden, aber es war doch nicht so. Ja. Ich brauche jetzt nichts hin. Wir nehmen den Worker gleich mit zum Start der Wave. Das ist mal ein Versuch wert. So, ein Block ist raus. Fiesta Gold. 50 Prozent. 50 Prozent ist nicht optimal, aber ist trotzdem noch ein guter Fiesta. Gibt es schlimmeres? Ich kann den Lückenbocker ruhig noch mitnehmen. Dann können wir hier noch ein aufwerten. Ich will ja, dass alle sterben, damit ich mehr Müllfium kriege. Ich will ja. Ich will ja. Ich will ja. Ich will ja mal zwei Echsen rein. Kriegt er schon 80 von mir ab. Nächste Woche. Jawoll. Sehr gut. Ja. Nicht vergesse, es ist Gigamirx, deswegen ist die Schnecke so groß. Haben wir auch gerade schon wieder entfallen. Ich werde diesmal keinen Worker gehen, sondern wir werden hier im besten Fall zwei aufwerten. Weil ich die Wave möglichst halten will oder so wenig wie möglich verkacken. 6 ist schon stark. Auf 7 und 8 werde ich ein paar Probleme haben. Da baue ich vielleicht ein bisschen mehr. 9 wäre auch nicht verkehrt, bei 9 auch was zu bauen. Okay. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Ah, schade, den hat er nicht noch gekriegt. Naja, 3 kommt durch. Sind wir locker mit. Die nächsten beiden Waves sind doch stark. Das ist halt egal, was ich schicke, der wird halten wahrscheinlich. Die Nymphe schon und zwei aufgewertete Masken. Da gibt es für mich nicht viel zu tun. Werte ich hier einfach weiter auf, damit ich mehr Müffium kriege. King-Aufwertung rein. Weil die beiden Waves kriege ich nicht zum Deacon. Auf 9 könnte ich ihn gut nerven. Wenn ich bis dahin schon den Hürmit oder ne, 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 ne. Den Mauerwurf zusammen kriege, wäre das geil. Ja, das ist hier vier Siegern, das ist vollkommen klar. Da kann ich ja nicht viel machen. Aber wir kriegen auf jeden Fall viel Müffium zusammen. Ja. Geben wir das Müffium. Gibt es auf jeden Fall nächste Runde noch nen Worker. Und dann soll ich auf jeden Fall, auf ne Hürmit kriege ich auf jeden Fall raus. 70%. Okay. Aber sehr klar sind zwei schwache Vapes für mich gewesen. Da muss ich eigentlich schon Robus rein schicken. Ich schicke jetzt halt Echsen. Okay. Keine Hürmit geschafft, aber den kriege ich gleich noch. Jetzt können wir ein paar Worker pushen. Hürmit geht mit rein. Eine kleine Schnecke geht noch raus. Und jetzt können wir wieder weiter loslegen mit noch mehr Workern. Ich bin ein paar Minuten bis jetzt auch schon. Ja. Ich bin ein paar Sachen. Katze und Berserker sind nicht schlecht, ich habe auch gar nicht so viel durchgelassen. Ah, das ist schon eine dicke Brood, eine Dreier. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was bauen, sonst habe ich hier richtig verkackt. Wenn wir ihn setzen, wäre das natürlich gar nicht schlecht, aber ich glaube wir machen das so, das sieht ok aus. Wie wäre es gut, was leisten? Ja, ich schaffe es nicht, aber ich habe ihn richtig weit runter bearbeitet. So will ich das sehen. Auf jeden Fall eine verrückte Strategie. Nicht schlecht, bin ich stark. Ich nehme natürlich das Einkommen mit. Wir nehmen den mit und bauen darauf dann nochmal ein bisschen was auf. Bei Bananenbaum, Yozora, Blume, Itamida ist schon richtig fett. Ich habe hier einen komischen Split aufgebaut, aber das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Na ja. Hauptsache meine Blumenkacken ab und ich kriege meinen Müffi um. Ich halte sogar. Krass. Ich habe zu viel gebaut. 27,5 Worker. Ist schon gut. Ich halte meine kleinen Pflanzen noch. Worte gehealt. Kack ab. Oh, schade. Ok. Ich könnte mit einem Manta noch arbeiten. Begleitung. Sieht doch schon mal gut aus. Ich sehe nämlich richtig fett nach oben. durch den mann da halte ich das man vorher sein wird über das banalen paradies dazu so haben wir noch nicht locker aufgebaut jetzt nicht so viel gebaut dass ich das halte vier blut 46 work of 13 also meine riesen blut den krieg ich durch ich hab verkackt zwei sind durchgekommen bloß der drache ist das ein doppelter mir ist ein normaler mehr locker für mich so wir wollen auf jeden fall ihn aufwerten ich glaube wir nehmen die hier mit weil durch meinen vielen magischen schaden den ich da an der seite stehen habe muss man da ein bisschen aufpassen 14 ist da sehr sehr schwierig für mich wirklich fette von klein habe ich ja in dem moment gar nicht 83 bis 4 es waren 3er drache lass mich mal schauen wir machen einfach den dino rein jetzt können wir hier noch aufwerten beziehungsweise ich werde noch welche dazu packen das sieht total komisch aus und das ist es auch also dann geschickt hat war natürlich gut für ihn kann und ihre nicht so gut aber der manta ist mvp hier der macht alles weg aber das gute ist meine ganzen meine ganzen pflanzen sind trotzdem abgeschissen außer eine vielleicht oder ne sind alle tot alle sind tot so machen wir das den werben auf das sieht doch gut aus guck mal wie weit oben ich bin krass das ist schon krass ich habe auch mega viele worker ich kriege immer wieder müffium dazu ich halte es trotzdem das ist schon echt verrückt mach mal einen zweiten man da mit rein werfen das hier auf den nehme ich mal zurück machen wir hier die blumen draus die kriege ich auf jeden fall noch mit maximale kannonieren das ist schon heftig er hat aber trotzdem gehalten er hat aber trotzdem gehalten er ist verrückt bei mir wird Mimic viel Bricken er wird bei mir alles vernichten ich glaube ich glaube davon habe ich jetzt langsam genug ich sollte jetzt anfangen mal so ein bisschen mehr in die defensive zu gehen der blöde die welt noch halten oh nehmen wir den noch mit er schickt nur er macht die ganze Zeit echo sense mit den drei bananenbäumen ist er in der verteidigung sehr stark er hat sogar noch einen verbessert er hat sogar noch einen verbessert ich will jetzt keine worker mehr holen ist der blaue nicht ich ich glaube es hat nochmal einen cent wir können hier vorne auch nochmal aufrüsten dann nehmen wir auf jeden fall nochmal einen Manta mit oder zwei oder zwei jetzt kriege ich noch aus ich mache zwei kannonieren mit und fertig wir sollten schon sammeln wenn wir gewinnen wollen ja das ist ein neuer spieler der weiß wahrscheinlich nicht wie man es ausmacht wenn es automatisch an ist die nehmen wir mit wenn dann will ich die da bitte fette haben kommen wir noch eine blume rein dann sieht es doch gut aus ja da kommen wir ne ist halt ein neuer spieler so was soll der wissen der weiß es nicht ne viele bananenbäume halt am start ne ich glaube ich sollte noch mehr mantas bauen ich habe das so im gefühl ich habe das so im gefühl dass ich mit den mantas mehr machen kann müssen wir mal gucken hier gibt es viele und die brust des todes königsklauen okay ich kriege 840 geschickt wir hauen jetzt auf jeden fall rein wir müssen auf jeden fall vor eis reinpacken dann gehe ich mit hexen ganz einfache geschichte weil vor eis den schaden sowieso stackt macht es kaum sinn also klar ich könnte jetzt noch einen rein schicken wir gucken mal aber ich glaube es macht am meisten sind dann einfach andere in einheiten zu schicken aber es geht noch mit raus da haben wir den doppelten hexen auf jeden fall rein das funktioniert schon wir warten das auf wir warten das auf wir könnten noch noch einen mantas setzen und dann setzen wir hier noch einen davon und dann ist schluss achte hexe rein kann und hier nehmen wir noch mit gucken wir mal oh sieht gut hier noch aus ok 1560 das sollte ich halten 26 die giga hexe ho 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 ja schafft er nicht so meine freundlein ist jetzt da und jetzt an die blumen ran ich habe ihn besiegt oh die riesenfrösche hey holy shit riesig ich kämpfe hier noch also ich werde es wohl nicht halten einfach weil der dreierkraken zu fett ist aber ich das wenigstens nicht sorg oh junge das race beginnt wir gewinnen ja und ich habe noch vier star geld gekriegt es läuft also zum ersten mal diese strategie so ausprobiert habe na aber das ging das ging das eine oder andere manche vielleicht ein bisschen mehr bauen können so aber aber gerade mit diesen drei einheiten na yozora bananenbaum und die blume mantas noch mit rein und die dual sticker combo krass das war eine weitere legion im fiesta modus gigamerx das gerne abo da wenn ihr mehr sehen wollt bis dahin entspannen tag machst du bis zum nächsten mal ciao